TGS41480 TGS41480 Hei schon, wir machen mal einen Grössenvergleich zwischen dir und einem Wohnmobil. Wenn man hier die Räder anschaut, haben wir schon mal 20 Zoll Räder. Grobstohlig. Wenn ich hier raus schaue, dann liest man da TGS41480. Die 480 heisst nichts anderes als 480 PS. Goldene Farbe, schöne Farbe, M1 Chassis. Da braucht man natürlich auch eine gescheite Seilwinde. Und wenn man eben den Grössenvergleich schauen will, dann läuft man da ein bisschen zurück und zieht dann dieses Monster Vierachser mit einer Aufbaukabine und Innenausrichtung von Hühnerkopf. Ob ich noch rein kann, ich weiss es nicht. Aber schaut mal den Grössenvergleich. Mensch, Fahrzeug und da kommt gerade der Meister Hühnerkopf. Er ist der Erbauer von diesem Fahrzeug. Mach's gut, tschüss. Warte, warte, der Klaus. Klaus, Klaus, komm, komm. Der Klaus hat Geburtstag heute, herzliche Gratulation. Ich bin gerade den Womoglück Leuten, dieses Fahrzeug ganz kurz, erzähl zwei, drei Worte von diesem Fahrzeug. Was war die Aufgabe? 8x8 MAN, 480 PS, 12 Meter lang, 4,25 Meter hoch, 2,75 Meter breit plus Leitort 50 Zentimeter. Ja. Und wohin geht das Fahrzeug? Nach Katar. Und innen natürlich alles gespunnene Einrichtungen, oder? Alles tipptopp. Da darf man nicht rein. Nein, jetzt noch nicht. Jetzt noch nicht? Nein. Gut. Wie gewohnt. Schön gemacht. Du hast ja heute Geburtstag, du bist jetzt 45. Ja, 41. Da hinten sieht man die Bestuhlung. Ja. Es gibt mir einfach keine Grillwurst. Genau. Und du bist im Schuss. Alles klar. Also lass dich nicht stören. Tschüss. Danke. Lass dich drücken mein Kleid. Ja, genau. Und du bist mir. Jauarne. Ja entz voluntarilyieré.